Große Abenteuer für ein kleines Indie. Road 96 freut sich über ganze fünf Auszeichnungen und kommt im April endlich auch auf Playstation und Xbox-Konsolen. Wer das Spiel aus 2021 noch nicht kennt, bei Road 96 handelt es sich um ein ambitioniertes Adventure, das sich mit prozedural generierten Kapiteln mit euch weiterentwickelt. Die Spielerinnen und Spieler müssen hier aus einem Land entkommen, das von einem autoritären Regime beherrscht wird und kurz vor dem Zusammenbruch steht. Mit jedem neuen Fluchtversuch, der weiter aufgedeckt wird, verändert sich die Geschichte ein kleines bisschen. Unsere Jude zum Beispiel bezeichnete das Spiel als kreativen Rebellen-Roadtrip, als sie es letzten Oktober auf der Switch antestete. Nun erscheint das Indie am 14. April 2022 auch endlich auf Playstation 5, 4, Xbox Series X und S und Xbox One. Dazu haben die Entwickler einen Dokumentarfilm namens On the Road 96 auf Steam veröffentlicht, den ihr noch bis zum 14. März statt 3,96 Euro für 2,97 Euro kaufen könnt. Falls ihr Road 96 bereits durch habt, lasst uns gerne eure Eindrücke zum Spiel in den Kommentaren da. Bis zum nächsten Mal.